Kaufstar präsentiert den Cleanmax Akkuhandsauger. Saugt festen und flüssigen Schmutz einfach weg. Das ist er, der Profi unter den kabellosen Akkuhandsaugern. Ihr schneller Helfer gegen Schmutz. Egal ob fester Schmutz oder flüssiger Schmutz. Blitzschnell ist alles sauber. Der Cleanmax Akkuhandsauger darf in keinem Haushalt fehlen. Entfernen Sie mit dem leistungsstarken Cleanmax Akkusauger zum Beispiel Krümel von Ihrer PC-Tastatur. Oder saugen Sie ganz schnell und einfach den Küchentisch ab. Und so reinigt man heute die Autositze. Unkompliziert und natürlich kabellos. Hier hat Schmutz keine Chance. Flüssiger Schmutz, wie zum Beispiel verschütteten Kaffee, einfach einsaugen. Sauber. Der transparente Auffangbehälter sowie der Permanentfilter lassen sich natürlich ganz einfach mühelos auswaschen und reinigen. Und der rutschfeste Griff sorgt selbst bei nassen Händen für sicheren Halt. Der kabellose Cleanmax Akkuhandsauger. Ihr kompakter, mobiler Helfer bei allen kleinen Malheuren. Egal ob fester oder flüssiger Schmutz. Ideal für Haus, Auto und Büro. Und auch praktisch verstaubar durch die mitgelieferte Wandhalterung. Den kabellosen Cleanmax Akkuhandsauger für trockenen und nassen Schmutz erhalten Sie gleich hier.